So, du hältst dich für was besseres als ich. Weißt du, was du bist? Ein Nichts bist du. Ein Nichts, wenn du glaubst, du könntest mich verarschen. Hey, Andi, die Ananas. Was ist, Smediboy? Das Arschloch hier glaubt, es könnte mich verarschen, aber da ist er schief gewickelt. Komm, zeig's ihm, Andi, die Ananas. Ähm, Smediboy, ja? Das ist dein Spiegel. Oh, ähm, jetzt wirke ich irgendwie dumm, oder? Ja, Smediboy, wirkst du.